Okay, hier. Huhu! Äh, okay. Oho! Entschuldigung. Ähm, das fette Frame und ja, wo sind wir gerade? Wir sind im Wald. Das hab ich grad mal festgestellt. Also grad eben war da so eine schöne Szene, dass wir mit unserer Schwester irgendwo nirgendwo waren. Es war auf jeden Fall hell. Sehr hell. Und den sitzt du jetzt? Vorher von dem Mikro umzuziehen. Ah ja, ich bin auch hier, ne? Ja, okay. Also ich bin nicht alleine. Alleine hätte ich da viel zu viel Angst. Ach, dein Name! Ja, hallo, ich bin Lisa. Ich bin der David. Und ich nenn ihn David. Ich wollte es nur so gesagt haben, deswegen ich denke, es sind auch zwei weitere Personen oder so. Nur ich und mein Freund. Das heißt, mein Freund und ich. Ich bin ein Esel. Was weiß ich nur? Ein Baumstamm. Also ich muss mal weiter kennen, auf jeden Fall sind wir grad auf der Suche nach unserer Schwester und ich lauf jetzt hier mal gerade so... Zwillingsschwester. Alter. Wir brechen mich immer. Oh, jetzt schauen wir dir mal zu, wie die läuft. Sie hat eine schöne Nase. Beobachtet gleich immer alle die Nase von ihr. Da kommt sie ganz schön zur Geltung. Boom. So, ihre Nase. Wer findet die Nase noch schön? Woher ist das? Draht! Das wird zu viel getrunken, kann das sein? Dann nehme ich. Habe doch hier nicht vor den Zuschauern, Zuhörern. Da ist das geil so. Wer will den Scheiß schon hören? Keine Ahnung, vielleicht gibt es mal irgendjemand andern. Woher ist das? Woher ist das? Woher ist das? Das Lost Village. Okay, wir sind im Lost Village. Da waren wieder diese Butterflies. Die Butterflies. Das Spiel heißt nämlich Path of Flame 2. Ich weine die Butterflies. Witzig gerein. Ja, ich weine. Deswegen haben wir es ja so genannt. Wir hören ihn jetzt erstmal zu. Ich habe ihn jetzt wieder gehackt. Die Leute, die verloren in den Wald werden, sind durch das Village. Kannst du bitte leiser drehen? Die wollen das hören. So gut, jetzt kann ich wieder weiterlaufen. Chapter 1. The Lost Village. Boah. Schlampe Lauf. Komm, wir müssen jetzt den ganzen Weg schubsen. Nein, Spaß. Sie läuft uns hinterher. Hoffe ich. Ziemlich langsam, aber es geht. Oh Gott. Sie wird uns jetzt den ganzen Weg hinterherlatschen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht irgendwann abhaut. Was mir ehrlich gesagt lieber wäre. Schauen wir uns nochmal die Nase von ihr an. Man sieht die gar nicht. Die hat BH-Träger. Direkt BH. Ja. Ist das normal, dass eine Frau BH-Träger? Ja, aber Japaner haben keine Brüste. Ja. Okay. David ist der Meinung, dass Japaner keine Brüste haben. Also wenn jetzt zufälligerweise ein Japaner hier anteilt hat, na das fühle ich nicht. Ich mag kleine Brüste. Ja. Ja. Ich glaub's dir. Ja, ich will ja nicht. Ich mag keine Brüste. Okay, wir haben eine Black Bag gefunden. Schwarze Tasche. Nett. Ist das ein Lippenstift da oben rechts? Und eine Karte. Super. Zeitungsausschnitt. Ja. Ich erklär's schon. Ich erklär's schnell, falls ihr kein Englisch könnt. Da ist eine Frau, die sucht ihren Freund, der ist verschwunden hier irgendwo und nirgendwo in diesem Wald, in dem wir jetzt auch sind leider. Und natürlich hätte es viel lieber, wenn wir jetzt hier mit Bambi zusammen durch die Wiesen hüpfen würden. Aber nein, da kommt gleich was anderes. Das werdet ihr sehen. Und ja. Auf jeden Fall, diese Frau ist auch ihren Freund suchen gegangen. Aua. Danke. Ja. Diese Frau ist ihren Freund suchen gegangen. Und ja, in der Zwischenzeit, wie ich jetzt hier gelabert hab, habt ihr das eh schon gelesen. Oh, das hab ich jetzt weggekriegt. Also das ist die Frau und der Mann. Die Frau, die sucht den Mann. Und ich finde trotzdem, dass der Bart mal recht schwul aussieht. Schwul. 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 Also er steht auf seinen Hintern, wie man sieht, dass die Hände so schön auf den Arsch backen. Okay, wir machen mal weiter. Wer ist das, ich fragte? Keine Ahnung. Wer ist hier? Oh, hört ihr schon dieses dröhnende Geräusch? Ich weiß, was jetzt kommt. Oh Gott, da hinten läuft schon jemand. Es ist spät. Bei uns oder bei denen? Ja. Lass den Alkohol weg. Okay. Du trinkst Cola? Ja. So, jetzt gucken wir alle hin auf die Nasen. Vergesst nicht die Nasen da. Da haben wir die Nasen. Da, da ist die Nase. Soll der zinken. Guck dir lieber die Hand an. Ja, okay. Achtet auf die Hand. Ja. Habt ihr das verstanden? Cool. Okay, also jetzt wisst ihr alle, worum es in diesem Spiel geht. Was das für ein Spiel ist. Ja. Aber... Spiel... Ab 18. Ja, und mein Freund ist 16 und besäuft sich gerade. Ich bin 18 und darf doch schon spielen. HIEH! Find ich nicht gut. Schau's hier. Okay, das war der erste Schock und ich hab mich schon erschreckt. Wow! Die geht einfach rein. Da sieht man wieder die schönen Nasen. Ja, die quältst du schon. Ahhhh. Du bist gerade aufgefahren, dass du auch so eine Narbe hast. Ja, ich hab eine Knollnase. Nein. Geh nicht weiter. Ich kenne das alles, die Horror-Train. Ja, siehst du, musst du da auch stehen bleiben. Freak. 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 Mayu! What's wrong? Pass sie nicht an! Jetzt sehen wir alle das Schreckliche, was sie aufsieht. Das ist die Frau, die ihren Mann sucht. Da sind wir auch gerade. Oh mein Gott! Das war eindeutig gruselig, als dieses Spiel. Das ist eine gruselige Szene. Jetzt lacht mal in Ruhe. Das ist eine gruselige Szene. Jetzt lacht mal in Ruhe. Cool. Guck mal, die Lampe wackelt. Genau. Ich will auch immer wieder sterben. Ich will das nicht mehr sterben, wie du die wackelt! Ich will jemanden töten. Ja, ne? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Super. Kerze. Jetzt ist das erste Kerze. Wo geht's hier hoch? Ach, Sieg. Okay, da liegt jetzt was, das heben wir jetzt mal auf. Moment, Notebook 1. Okay, das ist ne Seite rausgerissen, die lesen wir jetzt mal. Ähm, ja, okay. Gerüchte über das verlorene Dorf da, das so ein bisschen weg ist. Hallo? Ähm, ja. Jetzt haben wir sie eigentlich hinbekommen. Twin... Deities, was ist ein Deities? Was, wo? Jetzt erfährt jeder, dass ich kein Englisch kann. Ja, wo denn? Deities. Twin Deities, aber egal. Also, auf jeden Fall. Ja, okay, das ist ein Deities. Ja, okay, also es geht auf jeden Fall um dieses komische Dorf hier, wo wir grad drin sind, ne? Du musst übersetzen. Diese Dinger sind richtig, du musst sie übersetzen. Hallo, die Leute heutzutage können Englisch. Das ist die Weltsprache. Können alle Englisch übersetzen. Ja, aber wenn du so schnell wegklickst, als ob die sich die schon aufhören... Die können in Pause drücken. Das ist schade, ist doch... Ich hab Angst, dabei ist noch gar nichts passiert. Okay. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Warum hat die mit mir geredet? Fühl ich jetzt da rein? Wenn du mir sagst, dass ich da rein sein, ne? Ist da hundertprozentig ein Geist. Ja, Pech. Es war nix. Ja, was war denn da? Ja, was war denn da? Geh doch nicht weg. Geh hin. Ich kenn sowas, da brauchst du erst einen Schlüssel vor. Die hat mir grad gesagt, dass jemand hier ist. Oh, ich steh vor der... Was ist das? Hier ist schon... Ich glaub, ich will nicht mehr, let's playen. Ich hab jetzt schon Angst. Wir gehen jetzt einfach irgendwo lang. Hallo Tür. Wo ist ne Tür? Geh wieder mal rein. Das ist mein Name. Das gleich könnte meine Mutter passen. Deine Mutter ist fett. Ja, das sehen wir. Okay. Wenn wir jetzt die Kamera Obscura finden... Also wenn ihr jemals... Was ist denn jetzt diese Kamera Obscura? Ja, also Leute. Die Kamera Obscura, wenn ihr die jemals irgendwo sehen werdet, passt sie nicht an. Es werden immer schreckliche Dinge geschehen. Die gibt's wirklich, ne? Also die soll's wirklich geben. Auf jeden Fall, wenn ihr die aufhebt, dann kommt immer ein Geist. Also dann könnt ihr Geister sehen. Oh, das ist kein... Was ist NTV? Ja... Ja, da war jemand am Fenster, okay. War das? Ja, okay, da sucht jemand nach... Jemanden. Ja, halt ne... Okay, ein... Ja. Ne, Trau-G. Ist super gut. Gern sprechen. Die hören mich eh nicht gut. Die hören mich eh nicht gut? Besser so. Da kann man speichern. Sie ist rot. Ich kann was speichern. Sie ist überhaupt nicht... Okay. Wir speichern jetzt mal. Auf eine nicht vorhandene Memory Card. Und... Und Slot uns. Okay, dann. Wir weiter. Ich weiß zwar nicht, was das gebracht hätte, aber... Bis jetzt ist ja noch nichts geschehen. Sieht jetzt mal was. Ich fühle mich, wir werden von jemanden beobachtet. Das ist schön, wenn uns jemand beobachtet... Ihr werdet von uns beobachtet. Guckt, die wissen schon, dass das später noch Leute gucken werden. Oh, das ist dafür da, umgekehrt. Wer weiß es was da? Ja, damit kann man die Geister... ...schwächen töten, weiß ich nicht mehr. Geister. Geh aus dem Weg schlamper. Ja, das wissen die, dass es so ein Geister... Ja, das haben die, glaube ich, schon gecheckt, als sie gerade eben die Hand gesehen haben. Darf jetzt mal hier was passieren? Es gucken auch dümmere, so was, ne? Es gucken dümmere Leute wohl. Okay, Leute, wer von euch hat das... Ich hab's nicht verstanden. Du... Du bist auch ein Dümmer. Ja. Na, Spaß, du. Okay, wir gehen jetzt hier runter. Und wir gehen jetzt den Weg entlang, wie die das gerade eben ihre Vision gesehen hat. Ich habe Angst. Ja, du sagst, dass du nicht schlägst. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Kann man denn in den Rock gucken? Das wäre mein Part. Ach, komm, ich glaub das auch. Da! Okay. Was denn? Wo ist was? Wo denn? Ich hab Angst. Ich will nicht mehr weiterspielen. Kann jetzt mal was interessantes passieren. Ich weiß nicht, du hast gerade noch Angst. Es ist ein bisschen... kalt. Oh, das ist ein Bild. Ich glaub, ich wird dieses Spiel niemals zählen oder zählen. Ich will noch weiter. Okay, die hinterlässt uns so komische Nachrichten für den überall. Oh. Hier ist jemand. Okay. Boah, steh nicht im Weg rum. So eine nervige... Hallo? Ich würde jetzt echt mal gern wissen, wo wir die Kamera herkriegen. Wenn mir jetzt gleich ein Geist über den Weg latscht, habe ich nichts, womit ich mich verteidigen kann. Also wenn ich da landen würde, ich würde die Gäste niemals vor die Gaffin. Ich würde mit der Kamera auf die einschlagen. Oh mein Gott! Hörer, genau. Hörer, genau. Hörer, genau. Hörer. Ja, zurück, zurück. Ach so, da zurück. Da? Ja. Ja. Ich kann, wem solche Spiele kennen. Zeigen die Geister, wo man hingehen. Was statt? Doch, Slytee!